Angelika, die man aus dem letzten Jahr schon kennt, muss natürlich kameraträchtig ihr Baby anschleppen. Also wahrscheinlich nicht aus Freiwilligkeit, sondern DSDS hat gesagt, na, wir lassen dich aber nur nach Dubai, wenn du dein Kind mitschleppst. Wir brauchen hergefälligst was für die Kamera zum Zeigern. Und sie sang dann halt und ich muss sagen, es war wirklich sehr extrem schief teilweise. Also man hörte richtig massiv raus, wie er sozusagen mit Effektgeräten versucht wurde, gegenzusteuern, gegen die Skifight. Aber es war so krumm, dass das auch nichts geholfen hat. Und dass sie dann aber tatsächlich dreimal Ja kriegt und weiter ist. Ich meine, wenn wir bedenken, in der letzten Folge sind massenhaft Schlagertanten rausgeflogen, die besser gesungen haben als sie. Und sie darf jetzt weiter? Naja, ich denke mal, die Entscheidung ist wahrscheinlich hier positiv. Deswegen gefallen, wenn man sich denkt, naja, hat die letzte Staffel eine gewisse Beliebtheit. Da haben wir schon sozusagen star-technisch ein bisschen was aufgebaut. Wir brauchen Quote und mit der kriegt man leichter Quote. Das, denke ich mal, ist hier der Grund für die Entscheidung gewesen. Der Grund für die Entscheidung. Untertitelung des ZDF, 2020